Matthias, ich bin Matthias Kirschner von der Free Software Foundation Europe und ich bin dort der Vizepräsident. Kannst du mir jetzt quasi ein bisschen die FSFE vorstellen, so allgemeine Grundsätze oder was kann ich mir unter eurer Foundation quasi vorstellen? Also die Free Software Foundation Europe arbeitet dafür, dass Menschen selbst Technik kontrollieren können. Das ist so das Hauptziel und der Hintergrund ist, dass Software heute in vielen Bereichen von unserem Leben ist und das bestimmt, was wir tun können, was wir nicht tun können. Und wir wollen, dass die Menschen selbstbestimmt diese Software verwenden können und die Technik selber bestimmen können, was man mit der Technik tut und was man nicht damit tun kann. Und genau, dafür arbeiten wir eben für freie Software, also Software, die man für jeden Zweck verwenden kann, die man verstehen kann, also den Quellcode hat und die nachvollziehen kann, die man weiter verbreiten kann und die man verändern kann. Und ja, das machen wir in Europa. Okay. Kannst du mal irgendwie so Beispiele bringen, so aus dem Alltag, was sind so die Anfragen, wenn euch jemand schreibt, worum geht es da hauptsächlich, womit kann man sich an euch wenden oder ja, machen wir mal so, was sind so eure... Also wir haben einmal Anfragen von Entwicklern, die Lizenzfragen haben, also zu freien Softwarelizenzen. Da helfen wir. Dann sind Anfragen von Journalisten, die freie Software erklärt haben wollen oder irgendwas noch nicht ganz verstanden haben oder die Auswirkungen von freier Software oder auf andere Bereiche der Gesellschaft erklärt bekommen haben wollen. Wir bekommen Anfragen von Politikern oder von Leuten aus der öffentlichen Verwaltung, die das verstehen wollen, von Unternehmen. Und dann haben wir auch sehr viele Gruppen über ganz Europa, die eben freie Software selbst verbreiten und die Material zum Beispiel brauchen oder irgendwelche Hilfe, zum Beispiel sie wollen ihren Bürgermeister überzeugen oder die machen einen Stand und hätten gerne Infomaterial. Und dann haben wir eben hier Sticker, wir haben Postkarten, wir haben Flyer, auf denen bestimmte Sachen eben erklärt sind. Und das versenden wir dann an die Leute, damit die das verwenden können. Also jeder, der irgendwie aktiv werden will zu freier Software, dass der Material hat, um das weiter zu verbreiten. Wir sehen ja irgendwie, ihr habt einen Haufen Leute. Was können wir uns vorstellen, wer engagiert sich bei euch? Oder sagen wir mal zuerst, warum und wie kann man sich quasi bei euch beteiligen, wenn man jetzt quasi mitarbeiten wollen würde? Also wir haben, die meiste Arbeit in der FSFE wird gemacht von Ehrenamtlichen. Und wir haben in ganz Europa verteilt Ehrenamtliche, die in ihrer Freizeit bei uns mitarbeiten. Wir haben einmal lokale Gruppen in verschiedenen Städten, die treffen sich dann auch monatlich oder zweimonatlich, planen zusammen Aktivitäten, machen zum Beispiel, gehen auf ein Straßenfest, verteilen dort Flyer, organisieren Vorträge. Da haben wir Gruppen in ganz Europa verteilt und das ist auf jeden Fall eine super erste Anlaufstelle, weil da hat man persönlichen Kontakt, kann dort Fragen stellen und mithelfen und je nachdem, was man halt so Spaß hat, da sich beteiligen. Wir haben außerdem auch Mailinglisten, jetzt für Leute, die ein bisschen irgendwo weiter weg wohnen und nicht so nah an der Gruppe dran sind, auf denen wir auch Themen diskutieren. Da kann man dann einfach so ein bisschen schauen, was andere denn zu den eigenen Ideen meinen oder so. Das ist eine Möglichkeit. Wir haben ein sehr großes Team an Übersetzern, die uns helfen, das, was wir, unsere Flugblätter zum Beispiel, in viele, viele Sprachen zu übersetzen. Also wir haben dann Flugblätter, die in zehn oder zwölf Sprachen übersetzt sind. Da haben wir ein sehr aktives Team und daneben gibt es dann eben noch die Möglichkeit, dass man auch Fördermitglied wird, also die FSFE auch finanziell unterstützt. Und ja, ansonsten ist es eigentlich so, wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich würde gerne mitmachen, dass wir eigentlich fast immer irgendwas finden. Okay, passt. Also es gibt genug zu tun bei der FS... FS... zu viele Interviews. Ja, genau. Und irgendeine Frage aus deinem Alter quasi, wie bist du dazu gekommen, quasi mitzumachen und als Vizepräsident, schätze ich mal, hast du doch vieles zu tun. Also was gibt dir die Energie oder was macht dir Lust darauf, das so mitzumachen und so viel Zeit quasi dafür aufzuwenden? Also ich habe halt früher mal selbst angefangen, so technisch ein bisschen rumzuspielen, wollte Sachen mit Computern machen. Die habe ich dann mit der Software nicht hinbekommen, die auf den Computern damals drauf war. Dann habe ich da einfach mal was anderes ausprobiert und damit ging das. Und das hat mir Spaß gemacht, weil da einfach keine Grenzen so waren, wie viel ich so lernen konnte. Dann habe ich irgendwann gemerkt, dass das ja auch politisch ist. Also dass es nicht nur reine Technik ist, sondern dass Technik eben unsere Gesellschaft beeinflusst. Und dann habe ich Politik damals studiert, also Politik und Verwaltungswissenschaft. Und da bin ich dann damals, habe ich jemanden kennengelernt von dem Debian-Projekt und habe gemeint, ja, wo kann man denn hier Praktikum machen? Und dann hat er mir die Free Software Foundation Europe auch so mitgenannt. Und dann habe ich damals mit der FSFE da gesprochen und habe das dann geschafft, dass sie mich als ersten Praktikanten damals genommen haben. Und ja, danach, das hat mir einfach so Spaß gemacht, dass ich dann als Ehrenamtliche erst noch weiter aktiv geblieben bin und dann ein paar Jahre später dann angestellt worden bin. Okay, ja, na super. Dann, ja, sage ich nur, ja, wenn man noch Fragen hat, schätze ich mal, kann man sich immer an dich wenden oder an das Team von euch? Einfach auf unserer Webseite fswe.org, da gibt es einmal einen Bereich, in dem man schauen kann, wo man uns, bei was man uns unterstützen kann. Da gibt es Kontaktadressen und einfach mal bei unseren lokalen Gruppen vorbeigucken oder uns eine E-Mail schreiben, wenn man mithelfen will. Wir freuen uns über jede Hilfe da. Okay, na dann werden wir die Österreich-Seite quasi mitposten und den österreichischen Wien-Bereich speziell für uns. Genau, die Wiener Gruppe, einfach mal vorbeigucken im Meta-Lab, die treffen sich da jeden Monat, ja. Da sind wir dann bald dabei. Na super. Ja, fein, danke vielmals. Ja, danke dir auch.